Welche Herausforderungen gibt es natürlich unendlich viele? Die indirekten Konsequenzen für die Universität Freiburg sind natürlich die Beschäftigung, die Herausforderung unserer Werte, Demokratie und Freiheit. Die zweite große Herausforderung ist natürlich die Frage, die Beschäftigung mit der nachhaltigen Entwicklung und mit der Klimakrise, die natürlich nochmal mit der Energiekrise stärker forciert wird. Es ist ganz klar, dass diese Krisen nicht durch Einzelne behandelt und bewertet werden können, sondern gesellschaftliche Herausforderungen sind. Und das bringt uns zur dritten Herausforderung der Universität Freiburg. Das ist die Frage, wie wir als Universität Freiburg für unsere Gesellschaft wirken wollen und da sein wollen. Die Universität ist eine Gemeinschaft und deswegen sind wir natürlich auch besonders geeignet, in Gemeinsamkeit diesen Herausforderungen zu begegnen. Das Aufgabenprofil der Universität ist natürlich Forschung, Lehre, Transfer, sodass wir den Herausforderungen in der Forschung begegnen, indem wir mit unserem Wissen reflektieren und die Herausforderungen wissenschaftlich adressieren und begleiten. Die Lehre bedeutet, dass wir in unserer Lehre diese wichtigen Querschnittsthemen auch adressieren müssen und damit MultiplikatorInnen zum Beispiel zum Thema Nachhaltigkeit ausbilden können, motivieren können, die dann diese Information und dieses Wissen in die Gesellschaft tragen können. Um unser Wissen wirksam zu machen, suchen wir natürlich den Dialog mit der Politik, der Wirtschaft und der Gesellschaft und hier kommt der Wissenschaftskommunikation eine ganz besondere Bedeutung und Rolle zu. All das setzt die Reflexion des eigenen Tuns voraus und natürlich den Veränderungswillen. Wir können das alles nur gemeinsam tun. Deswegen danke an alle, alle in Forschung, in Lehre, im Betrieb und in unserer Universität. Wir können gemeinsam unsere Universität zukunftsfähig machen.